Hey, hallo und herzlich willkommen zurück auf Spectator Mode im neuen Jahr 2020, im neuen Jahrzehnt. Ich hoffe, euch geht's gut und ihr habt den Jahreswechsel gut überstanden. Dem Paul und mir geht's blendend natürlich, auch weil wir die letzten zwei Wochen mal eine kleine Auszeit genommen haben, nicht wirklich jede Woche ein Video gedroppt haben. In Zukunft wird es hoffentlich anders, wenn wir mal mehr Leute sind, aber mal schauen, was die Zeit uns bringt. Wir sind jetzt ein Jahr alt geworden, letzte Woche, insofern es wird nur besser, es geht nur voran. Und schön, dass ihr dabei seid, uns hier auf diesem Weg zu unterstützen, wollte ich nur kurz sagen. Und jetzt geht's auch schon los mit Halo Master Chief Collection Teil 3. Viel Spaß. 2020, hey. Ich glaube, wir sind am Start. Okay, ich glaube auch, wir sind am Start. Dann hit mal Go. Ich hit Go, Kampagne Reach, fortfahren. Ja, Mann. Wenn sie die Kampagne fortsetzen, kehren sie zum Missionsstart. Ja, das ist völlig in Ordnung. Äh, okay. Wir waren sowieso am Missionsstart, ne? Genau, wir haben ja extra beendet. Ja, nein. Seien wir uns dann noch so eine Manic angeschaut? Ne, die haben wir uns gar nicht zu Ende angeschaut. Ey, wir sind an so einem Planeten angekommen. Aha. Hobbel, Hobbel. 69. Genau, das haben wir jetzt jetzt gesehen. Ah, alles klar, alles klar, alles klar. 26.30 Uhr. Ja, Mann. Warum? Achso, das hatten wir auch schon mal geklärt, warum da 26.30 Uhr ist, ne? Irgendwie. Neuer Planet, Größe, andere Umlaufbahn um die Sonne. Ja, irgendwie sowas vielleicht. Oder beziehungsweise andere Drehungen um die Sonne. Also, er selbst dreht sich ja, das ist ja Tag, Nacht. Alle drehen sich. Weil um die Sonne ist ja ein Jahr. Ja, das ist richtig, richtig, alles klar. Cool. Und vor allem ein Jahr, gutes Stichwort. Wir haben jetzt ein Jahr später. Willkommen 2020. Hier bei Spectator Mode. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Der Paul und ich, die im Koop Halo weiter. Hallo. Wir haben es geschafft. Ein neues Jahr, ein neues Jahrzehnt. Und es geht immer weiter. Recon Team Bravo, reporting in. 3 und 6 in Position. Ich bin mal gespannt, was uns dieses Jahr alles erwartet. Hast du irgendwelche Spiele, auf die dich schon freust? Spiele, auf die ich mich freue? Da musste ich erst mal gucken, was so kommt. Zum Beispiel kommt Cyberpunk dieses Jahr raus, mein Freund. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall drauf. Alter, das wird so gut, dieses Game. Minecraft Dungeons. Ja, Mann. Ich glaube, das wird cool. Aber das ist ja auch nur so Minigames dann quasi, oder? Das ist doch wie Minecraft Realms eigentlich nur. Also Minecraft Dungeons, so wie ich das verstanden habe, ist das so eine Art Diablo. So Hack and Slay in der Minecraft Welt mit verschiedenen Rollen und sowas. Da habe ich Bock drauf. Das kann man auch schön, schön mit mehreren Leuten spielen. Marvel's Avengers habe ich gesehen, kommt raus. Das ist auch bestimmt ganz cool. Du, weiß noch nicht, ob das cool wird. Ah, Quatsch. Final Fantasy VII Remake. Oh ja, Mann. Das wird doch richtig geil, glaube ich. Also zumindest freue ich mich schon sehr drauf, aber ich weiß noch nicht genau, ob sie das richtig geil machen. Weil die machen das ja auch so episodisch oder sowas. Und die erste Episode ist dann halt irgendwie Midgard. The Last of Us Teil 2. Ja, aber das kommt ja wieder nur für die Playstation raus. Ach stimmt, da fehlt uns das Equipment dazu. Das habe ich ja. Ja, genau das auch noch. Falls jetzt jemand irgendwie mal eine Elgato-Karte schenken möchte. Mach Bescheid. Für Donations immer offen. Kein Problem. Die kosten ja auch kein bisschen viel. Ah! Da wird geballert, da unten. Oh, wir haben Unterstützung. Wir haben noch andere Dudes dabei. Ist der schon tot? Ich glaube, der ist tot. Der ist tot, aber der da nicht mit dem Schild. Ja, ja, der schießt noch. Einfach man schon mitgemacht, ey. Bam, bam, bam. Was ist das eigentlich für ein Tyron? Hast du umgeschmissen? Jetzt ist er... Nee, er ist immer noch in den Tor. Alter, dieses... Ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe auch keine Rückmeldung von der Waffe, ob ich getroffen habe oder ob ich Schaden gemacht habe. Ja, Mann. Das ist... So mag ich meine Spiele. Man bräuchte wie bei Battlefield oder sowas halt irgendwie halt so ein Hitmarker auf jeden Fall. Ja. Irgendwie ein bisschen Response geht. Okay, hier ist ein... Hier ist ein Hologramm. Weiß. Achtung, Achtung. Jetzt siehst du mich? Ja. Uh, ist echt doppelt. Nice. Ob das die NPCs verwirrt? Ich denke... Oh! Ich denke wahrscheinlich nicht unbedingt. Achtung, Vorsicht. Genau. Wenn du mal rechts, ich steck links. Den haben wir? Ich glaube, ich habe keine Munition mehr. Oh, doch, habe ich. Sehr gut. Alles ist gut. Kann gar nichts passieren. Sehr gut. Da kommt noch einer angesprungen. Laser! Was hast du da für eine geile Gun eigentlich? Jetzt, äh, so ein Alien fallen lassen. Aha. Das ist ein Laser. Laser. Das noch ein Goldie? Oh! Oh, ein Goldie. Ob die irgendwelche Farben haben, oder ist es einfach nur die Goldie? Äh, ja. Keine Munition mehr. Warte mal, das Schiff schießt auf mich. Ich muss hier mal weg. Hier, greift mein Klon an. Nein. Au! Ich brauche eine neue, noch brauche eine neue Gun. Wenn du stirbst, kriegst du das Maschinengewehr. Ja, aber ich will kein Maschinengewehr. Bist du schon gestorben, oder? Ja, ich bin gestorben. Ich gehe jetzt aus. Er geht jetzt aus. Au. Dann ist mein... Oh, nochmal. Wo ist denn? Na, kam an. Oh, shit. Ich helfe dir. Ähm. Nimm die Waffe auf. Los, komm schon. Ehe, gedrückt halten. Mist. Ich habe nochmal gedrückt. Ah, was ist jetzt passiert? Bist du gestorben? Ja. Ich wurde in die Luft gesprengt, oder whatever. Nee, hä? Was ist mit dem passiert? Keine Ahnung, was da los war. Ich kann nicht respawnen. Das sind Feinde. Ich weiß nicht, ob ich irgendeinen Raketenmärfe, oder so, erwischt. Keine Ahnung. Okay. Da bist du doch wieder mit dem, Paul. Jetzt bin ich wieder da. Ja, ich glaube, ich habe den Paul erwischt. Äh, den Paul vor allem. Den Feind. Ich glaube, ich habe den Paul erwischt. Komm her, komm her, komm her. Was machen die denn eigentlich hier auf dem Planeten, die kleinen Leute? Oh, warte mal. Mein Gesicht nimmt nicht mehr ab. Warum nimmt mein Gesicht nicht mehr ab? Kann ich in den Gabelstapler einsteigen? Lol. Wie lenke ich dich? Ah, geh weg. Ah, ah. Ah, ich greife an mit dem Gabelstapler. Mach das. Das hat schon mal fast funktioniert. Ich muss aussteigen. Ah, ich bin tot. Mach der Excipient schon wieder am respawn. Zack. Und ich habe die besseren Waffen jetzt. Das ist auch sehr vorteilhaft. Autsch. Stirb, 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 stirb. Oh, du lebst noch. Das bist du. Ups. Komm her, komm her, komm her. Wah. Okay. Ähm. Oh, warte mal. Mein Gesicht nimmt nicht mehr ab. Warum nimmt mein Gesicht runter? Oh, der Paul ist gestorben. Okay, warte. Ja man, der ist explodiert. Und da hinten ist jetzt noch einer am Baum. Ah. Ah, okay, ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Sekunde. Okay. Muss ich noch ein bisschen improvisieren. Immer wieder, immer wieder. Immer wieder toll. Aufs Neue. Und. Wie kam der da hoch? Okay. Ich habe vergessen, mein Gesicht über die volle Stunde zu ziehen. Ah. Das klingt jetzt komischer, als es ist, aber. Das ist was ganz Normales bei uns. Ich habe, ähm, komm mal her. Da bist du. Ich glaube, ich habe Gegner gefunden. Ich bin auf dem Weg, ich bin auf dem Weg. Okay. Hier ist auch ein Dude, der liegt auf dem Boden. Dudey. Der ist noch frisch. Gibt es dir gut, Bro? Bro. Ich gebe dir eine Kugel ins Gesicht, vielleicht geht es dir dann besser. Nee, es ging mir nicht besser. Fucking Golden. Wuhu. Das ist die Kugel des Friedens. Gib mir deine Waffe. Ich habe hier noch irgendeine coole Waffe aufgesammelt. Ich weiß noch nicht genau, was du sagst. Ich schlag sie mit den eigenen Mitteln. Ja. Ich habe Raketenwerfer. Sehr gut. Hier ist ein Gold, ne? Granade. Das ist kurz in Deckung. Ups. Gold ist down. Nice. Da ist doch ein Silberner. Ich habe keine Munition mehr im Moment. Ich habe mal kurz Waffen wechseln. Eine Granate geworfen. Ich habe den Silbernen. Sehr gut. Ist sie? Nein. Wechsel ständig die falschen Waffen hier. Kenne ich. Kenne ich. Kennt er. Komm her, komm her, komm her. Ich sehe dich doch. Niedle. Auf geht's. Ah ne, das ist einer von uns. Der oben am Turm, der lebt halt immer noch. Nein, das ist unser Red. Fuck. Links, links, links. Ja. Steff, 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 steff. Uh. Da unten ist er noch welche. Hey, hey. So, und jetzt geben wir den doch mal schön auf die Fresse. Ja. So, du hast doch bestimmt noch ne... Ne, ist die gleiche Waffe, ne? Ne, ist ne andere Waffe. Will ich die Wahl. Dann will ich die Wahl. Sehr gut. Ich vergesse die ganze Zeit, Granaten zu werfen. Schlafende Hunde soll man nicht wecken, ist das nächste. Oh. Was bist du denn? Schlafende Hunde soll man erschießen. Alter, guck dir das Ding an. Guck mal hier um die Ecke. Guck dir das an. Ja, ich sehe schon. Ich habe sie... Oh mein Gott, da sind zwei davon. Müssen wir die töten? Ich gehe fast davon aus. Ich schieße über den Rücken. Oh, okay, er kommt. Oh nein, 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 nein. Was für eine Idee. Granate! Oh ja, auf geht drauf. Die Haftgranaten sind gut. Jawohl, den haben wir. Das ging schneller als gedacht, auf jeden Fall. Oh, es gibt doch ne schöne Waffe. Okay, einen haben wir. Oh, der andere liegt hier tot. Ja, also. Gehen wir doch hier mal durch die Felsen durch. Da unten sind Sträuße oder so. Sträuße. Achso, du meinst so diese... Also Tiere. Tiere. Emus. Ja, ja, die Dinge, die wir auch schon überfahren haben. Oh, sind die süß. Können wir die reiten? Ja, Mann. Final Fantasy Style. Hier, ich folge dem hier. Ich folge dem rechten. Okay. Gucken wir mal, wo wir rauskommen. Wahrscheinlich an der selben Stelle. Hier sind ein paar Gegner auf jeden Fall. Ja. Oh, hi. Okay, let's go. Hier liegt ne Gun. Hier liegt ne Sniper. Oh, echt? Ja. Komme ich nochmal zurück? Aha. Oh, nice. Let's go. Bam. 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 Okay, Sniper ist super. Ah, ich treffe halt nichts. Immer mit der Ruhe. Aber schon keine Munizion mehr für das Ding, was ich da gefunden hatte. Insofern gehe ich mal rein. Okay. Immer mit der Ruhe. Dann treffen die Snipes auch. Das ist gut, dass du den abgeschossen hast. Ops. Warte, geh mit schnuck zurück. Ah, sehr gute Granate. Ja, ja, ich hab dir aber erstmal schöne Granate vor die Füße geworfen. Oben auf dem Dach ist noch eine. Den hab ich. Wie nimmt man nochmal diese Schildmodi? Äh, auf E? Einfach ausrüsten? Oh. Keine Ahnung. Das ist doch die gute Garten. Was? Sieben Schuss? Ah, ne, da oben steht noch was anderes. Okay. Okay, okay. Guck mal, hier ist eine Schrotflinte und Granaten. Falls du willst. Wo bist du? Hier. Hier. Ah, da seh ich dich. Alles klar. Granaten nehm ich auf jeden Fall. Munition, Bräuchten hätten. Ich hab jetzt noch ein paar Schüsse im Scharfstützengewehr, deswegen will ich das erstmal lassen. Okay, dann hau raus. Wo auch immer die Gegner herkommen. Ah, da kommen sie. Zum Schiff. Au, 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 goldene. Äh, mehrere, ja. Goldene down. Aua. Okay, jetzt hab ich auch keine Munition. Oh, ich bin tot. Das Gegenscheid. Ah, das geht auch schnell. Hm. Okay, bin wieder da. Gnadenlos, wollte ich sagen. Du machst das schon. Sehr gut. Hat eigentlich ganz gut funktioniert. Der zuckt noch, der Goldene. Aber da müssen doch meine Waffen, da müssen doch noch hier liegen, ne? Ja, genau. Da ist mein Niedler, den wollte ich. Niedler. 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 Wer hin? Äh, mehr Landungsschiffe im Osten. Au. Eben, was hat mich angeschossen? Das Landungsschiffe im Osten. Ja, vielleicht. Ich habe es gesehen. Autsch, es schießt immer noch das Schiff. Au, au. Ich will doch nur... Okay, ich hab flankiert. Hat funktioniert. Jetzt wird geniedelt. Au. Alter, dieses Schiff. Das Tod ist geniedelt. Hat geklappt. Ist der hochgeklettert? Einfach so? Abwählen. Äh, ich glaube ja, das war's. Bewegungsschiffe, der sagt, alles ist cool. Da kommt aber noch ein Schiff. Nächstes Schiff. Äh. Müssen wir das Phantomding jetzt kaputt machen, weil es gerade angezeigt wurde? Äh, ich glaube, das zeigt nur an. Neues Schiff. Ah, okay, okay. Ja, da kommt das neue Landungsschiff. Muss in Deckung gehen. Ich bin kein bisschen in Deckung. Au. Da springen sie runter. Granate, go. Ich sehe sie. Ups. Oh, was für eine Traumgranate. Ey. Drei Leute geholt. Die schießen, die schießen echt gut. Die Le... Au. Oh shit, oh shit. Das Schiff, das Schiff. Das ist noch eine. Schwert. Ah, man. Dieses fucking Schiff, das hat Auto-Aim. Da ist gar keine, da ist gar keine Decke mehr. Das Schiff hat Auto-Aim, das bringt mich die ganze Zeit um. Das ist unfair. Ja, das ist crazy, ne? Ich hab'n Raketenwerfer. Let's go. Ja, dann mach mal das Schiff kalt. Wo ist es denn? Weiß ich nicht. Gib mal in die Himmelsrichtung, wenn du es siehst. Ja, okay. Äh, es ist grad fort. So sieht's aus. Ähm. Ähm. Ähm, irgendwo steht wahrscheinlich noch ein Gegner rum. Ich hör' zumindest irgendwas kreischen. Der noch töten... ...will. Aber es nicht schafft, da wir... Ah, ne, das ist ein Emu? Ich hör' nur den Emu die ganze Zeit schreien. Rations, Weapons... Gibt's hier irgendwo Heilung? Haben wir, haben wir sowas gesehen? Ne, ne? Hm. Hm. Okay, Kontrollver... Ich bin ziemlich am Arsch eigentlich. Hier drin war eins, aber das hab ich... Ich weiß nicht, ob du das... Das hab ich genommen, das ist für dir leer wahrscheinlich, ne? Ja. Okay. Äh, es ist ziemlich leer. In den Häusern. Hier ist eins, komm her. Zu mir. Ja. Ah, siehst du, ich hab's gar nicht gesehen eben. Fuck, ich war eben schon. Da, da. Oh boy. So, wo geht's hin? Äh, da vorne, 100 Meter. Das sind mehr als 100 Meter. Ups, falsche Taste gedrückt. Und ich hab auch noch vergessen, dass man spritten kann. Ich hab immer noch den Raketenwerfer, das ist in Ordnung. Ich hab alles vergessen im neuen Jahr. Neues Jahr, neues Ich, ne? Hm. Im Glück hab ich keine neuen Vorsätze, oder sowas. Ups. Gut teleportiert. Auch gut. Das ist ein bisschen verwirrend. Corporal? Dropship, take cover. Äh, ist kein Problem, ich hab'n Raketenwerfer. Wer ist Corporal? Ich hab'n Raketenwerfer. Alles, was jetzt kommt, wird umgehauen. Okay, das... Ach. Das ist zumindest mal ne Ansage, ne? Hier ist das Dropship. Ne, warte mal, das ist ein... Das ist einfach nur irgendwas. Okay. Das sieht aus wie ein... Wie ein Schutzschild. Okay, guck mal, die schlafen hier. Wollen wir die schon angreifen, oder wollen wir eher sneaky, sneaky? Ach, greift die an. Rein da. Oh, da ist wieder ein Gabelstapler. Das hat er jetzt überlebt, oder was? Zäh. Jawohl, ich hab' den noch an der Gun. Sehr gut. Die! Motherfucker! Ich hab' noch einen großen. Größen! Das ist Nuts! He's Nuts! Ah! Da müssen wir dieses Ding kaputt machen, oder? Flasterankarude, mein Freund. Babababababou! Bababab dou! Da! Au, 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 au! Vorsichtig! Hol dir eine Flaskarâne! Ja, da geht's nicht dran. Du gehst ran und dann reißt du sie ab. Ups. Okay, warte. Starbe. E drück'n Flasterkanene neben. Kuh neben du zum Abreißen. Ah, ja. Da fühlst du dich wie Rambo, ey. Ich fühl mich immer wie Rambo. Und ich bin tot. Und er ist tot. Das ist Ramponet passiert. Man fühlt sich ja auch nur so. Ach so. Wie? Man fühlt sich nur so. Und ja gar kein... Oh. Alter, ich dachte gerade hat er auf mich. Ist dein Ernst? Okay, also ich finde, es geht sogar. Ich nehme dich mit. Ich glaube, ich habe mich selber gerade granadiert. Du hast dich auf jeden Fall gerade selbst gekillt. Nice. Ich habe keine Muniz mehr. Wenn ihr mich sucht, ich bin hier und bin nicht nützlich. Wie kann ich denn die Waffe wegnehmen? Ah ja, Waffe wegnehmen einfach. Ah. Aktuelles Ziel, Juhenschützen. Alles klar. Ich verteidige. Ich komme zurück. Gott sei Dank haben wir die... Die Geschütze weggemacht. Stieb, 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 stieb doch. Paul, erschieß den. Sehr gut. Ah ja. Sie kommen aus dem Osten. Sie kommen aus dem Westen. Oh, das ist ein Dropship-Book. Ich glaube, man kann das Dropship nicht abschießen. Ich muss hier weg. Hilft dein Raketenwerfer gar nicht, oder wie? Wow. Ich habe es gerade versucht, aber... Hat kein Schaden. Oh, wir haben hier was Großes. Ah, da kommt jetzt große Achtung. Ich habe so eine Art Granatenwerfer. Ja, dann... Bediene die doch mal, die Herren. Bediene diese Kinder nicht. Oh, welcher erwischt. Bediene diese Kinder nicht. Du wurdest bedient. Ich habe keine Granaten mehr. Der ist hier unten. Im Wasser. Unsichtbar. An der Brücke. Ach, sind das die Dinge, die man nur... Geh mal in Sicherheit, damit ich nachspawn. Ich? Okay, warte. Ja, es geht nur... Genau, danke. Okay, da hat es der, der man nur von hinten angreifen kann. Ja, der eine tot. Nee. Oder hast du noch einen zweiten? Ja, ja. Juhu. Ich versuche, hier abzulenken. Deswegen, ich kämpfe schon die ganze Zeit gegen die. Okay. Ich habe ihn. Oh, irgendwas anderes ballert mich. Hinter dir, hinter dir. Was ist denn Spaß? Ich habe ihn. Ich habe keine Munition mehr für gar nichts, oder? Nee, doch, ich habe nur ein paar Schuss. Okay, dann nimm irgendwas, was rumliegt. Was hier rumliegt, ja. Gute Idee. Aber ich finde nichts. Und eine unsichtbare im Wasser. Ich habe ihn. Eine unsichtbare. Hitler! Ich sehe gerade keinen mehr. Klingt, klingt, als hätten wir es verteidigt. Oh, irgendwas schießt mich. Ah, auf der anderen Seite. Süden, oben. Im Haus drin. Okay. Das ist so vorm Haus. Hier oben, genau, da hoch. Bin hinter dir. Da ist er. Der ist unsichtbar. Hä? Ah, kein Wunder, sehe ich ihn nicht. Und rechts geht es noch weiter. Ich glaube, wir haben es. Nice. Uns kann man los schicken, Paul. So. Ja, Mann, ne? Richtiges Tag-Team. Weiter in die Blockierzone vordringen. Jawohl. Bäm, 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 bäm. Jetzt bringen wir denen mal hier ein bisschen Frieden. Ha, ha, ha. Wir werden ihnen Frieden bringen. Durch Krieg. Durch Krieg? Nein. Ja. Hier ist noch ein Medipack. Piep, piep, piep. Ach, der macht das toll. Oh oh. In Deckung. Granate. Ich habe keine Granaten. Oh Gott, ich muss in Deckung. Der ist tot. Sehr gut. Ah, ah. Was ist denn das? Was schießt denn das? Ich weiß es nicht. Von Deckung zu Deckung. Jetzt geh auf. Da hinten ist ein Medipack, ne? Falls du nochmal zurückkommen willst. Falls du kein Leben mehr hast. Das Geschütz ist leer. Okay. Ja, dann ran. Ran an die, Mutti. Ran an die, Olli. Hit them from the side. Alter, ich habe doch wieder Granaten. Du musst da reingehen. Ich muss mal ran. Ich hätte voll gern mal wieder so ein Schwert. Ja, Mann. Was sind denn diese Schwerttypen? So, ich bin in dem Geschütz drin. Äh, ich weiß nicht. Let's go. Was bringt, weil der Fight ist auf der anderen Seite. Kannst du das Geschütz abreißen und wieder mitnehmen? Nein, das nicht. Du sitzt da drin wie in einem, wie in einem Holo-Dingens. Ah, okay, okay. Dann wohl nicht. Oh shit, oh shit. Gar keine gute Idee, einfach aufs Freifeld zu rennen. Juhu! Schieß doch! Schieß hier, kaputt! Okay, ich habe den aus dem Geschütz geschossen. Sehr schön. Ich kümmere mich hier um die großen Dinge. Die sehe ich. Ich gibt dir... Ich flankiere. Hat er ein Schwert dabei gehabt? Du hast halt einfach keinen Rückstoß, kein gar nichts. Du drückst halt einfach nur 12.000 Mal auf die Raustaste. Du drückst einfach nur drauf. Ja. Oh, vor allem... Ah, ich bin tot. Okay, ich habe den Typ aus dem Geschütz geschossen. Du bist tot? Ich bin tot, ja. Aber ich will in deinem Leben. Ach so, das ist einer von uns. Du hast halt... Das ist das, wenn ich wieder fürs Tote zoomen und dann schießt. Du hast überhaupt keine Rückmeldung, gar nichts. Du drückst einfach nur die ganze Zeit drauf. Ja, da kommt schon der nächste Turm. Aber dafür ist die Musik halt super episch. Das stimmt. Okay, hier drüben gibt es noch... Oh, was habe ich jetzt gemacht? Oh, noch Waffen gewechselt. Hier ist noch Medi. Hier sind Alien-Waffen gedroppt. Ich nehme mal Needlemit. Jetzt. So ein großer Dote. Okay, der Schütze ist tot im Geschütz. Ja, ich bin gerade noch ein bisschen am Needlen. Neue Geschütze. Ja, genug geniedelt. Geschütze down. Nein, ist noch. Aber ich hole den nächsten raus. Oh, da steht eine große drin. Ach, kein Wunder. Jetzt ist der down. Bleib hier, du. Wie heißen die großen Dinge eigentlich? Große Dinge. Die großen Dinge, okay. Irgendwelche Namen haben die. Ich bin mir sehr sicher. Ja, die heißen Eliten, glaube ich. Eliten. Hinter dir. Oh, hier. Immer noch hinter dir. Da ist hinter mir. Danke. Danke. Machen wir sie? Biddu. Deh, 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 deh. Es hört halt nicht auf, da kommen immer mehr. Covenant Bitches. Oh, komm ich da drüber hin? Haha. Brr, brr. Yeah. So geht das. So geht Halo. Haut's euch an. Ich glaube, hier links geht's weiter. Ja. Das. Ja. Katsin. Katsin. Sneaky, sneaky. Sehr naiv zu glauben, dass wir an dem Punkt unsere Sniper noch haben. Hahaha. Vielleicht, also, wir sind ja eigentlich immer nur der eine links und der andere rechts ist ja der Typ, der halt tatsächlich die ganze Zeit die Sniper hat. Weißt du, wir sind ja zu dritt unterwegs. Ah, ja, ja. Der Sniper ist leicht. Ja. Aber, das sieht ein bisschen mehr aus, als was, was wir so zu dritt irgendwie. Mal einfach das Ziel nicht aus den Augen verlieren. Ja. Weiß nicht, ob wir da genug Munition finden die ganze Zeit. Die Aliens haben ja Waffen. Wir gehen von Alienwaffe zu Alienwaffe quasi. Ja, man. Das ist der Plan. What? Spürspitze. 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 Das ist ein guter Befehl. Kontern an allen Fronten. Das ist, äh, das ist eine gute Idee, ja. Nicht nur ein guter Befehl. Das gefällt mir. Wir werden angegriffen, wir kontern an jeder Front. Okay, Chef. Taktik. Konter. Kreis, Kreisattacken. Ja, Mann. Oh, wie episch. Hier, Wagner, Götterdämmerung. Warum schießt da noch keine? Warum schießt da noch keine? Guck mal da, Achtung. Skidus. Ah, die haben zuerst noch die Schilde in die Luft gebracht. Ja, Mann. Und jetzt wird geballert. Aha. Oh, einer ist schon weg. Weiter geht's. Eine? Was ist eine? Für jeden Toten stehen zwei neue auf. Oh, shit. Bam, bam, bam. Hydra. Holy shit. Safety first. Aloha, Vuk nochmal hier. Wir bringen jeden Mittwoch und Freitag neue lustige Gameplay-Videos für euch raus. Und wir haben noch mehr Videos auf unserem Kanal. Kleiner Tipp. Wenn euch das bisschen gefällt, dann denkt doch mal bitte drüber nach, Spectator Mode zu abonnieren. Und vergesst nicht, den Like-Button zu prügeln. Das wäre ganz wichtig. Außerdem, wenn ihr interessante Ideen habt für neue Games, die wir hier noch auf Spectator Mode dauteln wollen, dann schreibt die uns einfach in die Kommentare, ja? Wir freuen uns auf jeden Fall. Das war's auch schon von mir, beziehungsweise uns. Tschüss. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.